Hauen die Musikspaste wieder mal ab. Die Musik ist auch so extrem laut, dass man überhaupt nicht mehr die Geräusche vom Alienwaren nehmen kann. Was? Nicht mal Gefahr ist, ne? Bei dieser Musik kommt noch nicht mal dazu was zu sagen. Die versetzt dann in so eine Trance. Man ist einfach so angespannt. Weiß nicht, was passiert. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso die Musik jetzt so dramatisch war. Da gab es schon dramatischere Stellen in dem Spiel. Ermöglichen Sie der Torrens das Andocken. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hier durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. So. Wir müssen jetzt einfach hier rein. Hm? Komme ich hier nicht einfach durch? Oh, sind wir jetzt wieder am Anfang? Sind wir jetzt wieder am Anfang in diesem Raum, wo sich damals, wo wir hier hochgekommen sind, da die Fenster zugeschoben haben? Könnte sein, ne? Dass wir wieder direkt am Anfang sind. Ja, das ist der Raum vom Anfang, tatsächlich. Das finde ich irgendwie lustig. Dass man diese ganzen Räume immer, immer, das heißt immer und immer wieder. Zwei, dreimal besucht man sie aber schon. Dass man immer wieder in diesen alten Räumlichkeiten vorbeikommt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Nächster Aufzug. Ich hoffe mal, dass der Rest glatt läuft. Aber so wie ich unsere gute Amanda kenne, werden wir noch einiges an Problemen auf dieser simplen Mission zum Abschluss kriegen. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles rund läuft. Es lädt länger, kommt jetzt ne. Beeilten Sie, Ripley. Die Zeitordnung ist davon. Die Stationen werden umeinander. Okay. Entkommen Sie, Sebastian. Hier kann man nochmal speichern. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir sind auf der Flucht und wir steigen einfach direkt wieder ein. So, ist ein bisschen länger her. Wie immer. Oh. Sind Sie nah genug für Funkkontakt? Ripley. Gott sei Dank. Ich kann Sie hören. Sie müssen sich mit Rauling und das Landesteam bereit machen, damit wir andauern können. Alles klar. Wo müssen wir hin? Sachen bereit machen. Hier. Rechts und links. Alles klar. Dann tun wir das. Rechts und links. Da hinten wahrscheinlich. Bewegung? Okay, jetzt. Hier bewegt sich irgendwas. Flammenwerfer haben wir ausgerüstet. Oh, ich hab seitdem Witcher rausgekommen ist, nicht mehr Alien gespielt. Aber, das kriegen wir hin. Nochmal eine Runde Elfmeterschießen. Peng. Peng. So. Zugriff gewährt. Dum 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 dum. Sind wir bereit? Alles klar. Das heißt, die eine Hälfte haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur noch da rüber und den anderen Scheiß machen. Huch. Feuer. Feuer. Okay. Uh, uh, uh. Strom wieder herstellen. So, wo gehen die Kabel hin? Die gehen ja unten rein. Gehen die dann da unten raus? Wo kommen die Kabel her? Wo muss ich hin? Oh, oh. Hm. Muss ich wohl einfach außer rumlaufen, oder was? Wo ist denn die Stromquelle dafür? Man hat jetzt nicht gesehen, wo die Kabel hinführen. Oh mein Gott. Du hässlicher Scheißhahn. Mein Gott, ey. Da geht der Strom hin, oder? Können wir hier den Strom wieder anschalten? Wir müssen den Strom anschalten. Strom! Ähm. Störung. Orbital. Störung. Störung. Ne. Ist das nicht mehr, wenn hier Feuer ist? Oder hat es Schiss davon? Ist eigentlich mal eine gute Frage. Komm, wir schauen einfach mal hier unten rein. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir sind ja nur auf der Flucht, ne? Flucht, die Flucht. Okay, ähm. Hier führen ein paar Kabel hin. Okay. System neu starten. Bam. Ist das jetzt neu gestartet? Ja. Das Schlimmste momentan an einem Spiel ist definitiv die Musik. Weil wir gegen alles eigentlich ausgerüstet sind. Außer gegen die Musik. Wir könnten sie ja auch ausmachen. Aber eigentlich hier ist doch Feuer. Aber vorhin hat sich das Alien ja... Vorhin. Vorhin. Als ob es vorhin gewesen wäre. Das ist schon ein bisschen her. Sicherheitsgenerator. Wieder Elfmeter schießen? Ja. Oh, ich will mal... Ich will mal die... Die zwei letzten will ich mal instant kriegen. Das wäre doch mal skillig, oder? Skillig. Die letzten Ender sind zurück. Fahren Sie jetzt die Andock-Klemme am Turnamen auf. Andock-Klemme am. Huch. Was sind das für Geräusche? Oh mein Gott. Undock-Klemme am Terminal? Was für ein Terminal, Mann. Und dem da? Achso, das ist jetzt... Da ist jetzt der Zugriff gestatten. Okay, dann machen wir das doch mal schnell. Andock-Klemme. Verlame! Die Andock-Klemmen sind aktiviert. Okay. Gehen Sie jetzt zum oberen Controller. Oberer Controller. Huch! Oh-oh! 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 Oh nein! Oh nein! Was soll das bloß? Es kann nicht sein! Nehmen wir an! Oh, der obere Kontrollraum wird oben sein! Haha! Clever! Ich bin schon ein cleverer Bursche! Oh mein Gott, das versenkt alles. Wollten wir rennen? Ich traue mich nicht zu rennen. Ha! Das Operator muss es dem Urlaub von der Schlechtigung entfernen. Bitte wecken Sie bitte an Siegsemit. Verlame! Die Personalbrücke wurde entfernt! Die ist längst nicht mehr hier! Was? Moment! Ich glaube, ich kann die Warnungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Replay! Was? Ich habe keine Ahnung, von was Sie gerade reden. Ich hoffe, das klappt. Okay, was gibt's hier? Die Datei kann nicht zugegriffen werden. Ich kann nun bestätigen, dass alle Systeme von Sebastian Bolt funktionsbereit sind. Unser Orbit um KG bla 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 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank an das Schlepperteam. Wir sind geschäftsbereit. Viel Glück! Whatever, Bro! Personalbrücke entfernt. Wartungsbrücke ausfahren. Ausfahren! Geschafft! Begeben Sie sich zur Luftschleuse. Wo ist die Luftschleuse? Hier! Oder auch nicht? Wo geht's zur Luftschleuse? Hier rein? Nein, das ist keine Tür! Hä? Bin ich etwa ein bisschen dumm? Jetzt mal ernsthaft. Muss ich jetzt runter? Nee. Nee. Hä? Jetzt mal ernsthaft. Wo geht's hier lang? Genug mit der Rumalberei. Ich vermute einfach mal, dass es unten ist. Jetzt auf einmal zeigt er mir dahin. Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck! Wer bist du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schau bloß, dass du Land gewinnst, ey! Alter, wir haben ja nur noch... Wir haben ja gar nicht mehr so viel Schuss! Fuck! Vielleicht soll ich doch nicht so... Ist die Luftschleuse ganz unten? Vielleicht? Nein, ist sie nicht. Wie es ausschaut. Sind noch mehr Aliens? Hier sind noch mehr Aliens! Oh mein Gott! Oh, ich mag nicht sterben. Ich häng an meinem Leben. Wow! Okay. 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 Wir könnten noch versuchen zu speichern. Aber wieso? Und dann kommt das Alien und nein, 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 nein. Wir hauen ab. Oh, diese Ruhe. Oh. Diese Ruhe. Höh! Nein. 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 Ich dachte, wir hätten es geschafft. Wir haben nur noch 120. Wir haben nur noch 120. Ein schwarzen Bildschirm, Hobby. Und die Musik macht, was sie will. Wo sind wir jetzt? Was? Ach nein. Ach nein. Ach nö. Ach was? Ach warum? Ach komm! Ist das eklig. Alter, du Spaß. Kannst du mir nicht einfach Feuer... Flammenwerfer-Munition geben? Ey, Leute, habt ihr ein bisschen Flammenwerfer-Munition? Das würde mir mein Leben um einiges... Revolver-Munition. Geil. Damit kann ich das Alien besiegen. Ja, Mann. Ein bisschen Flammenwerferöl. Nice. Nice Schist. Ich laufe einfach mal hier lang. Oh mein Gott, hier ist schon wieder alles voller... Es erinnert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wer von euch StarCraft kennt. Aber es erinnert mich immens an StarCraft und die Zerks. Daran erinnert mich diese ganze Grütze hier. An den Creep von den Zerklingen. Ja, was ist denn dein Problem? Hast du nicht genug, oder was? Eigentlich sollte ich für diese... Typen... ...gleich keine Flammenwerfer-Munition verwenden. Wäre das clever? Es wäre ziemlich clever. Aber ich traue mich nicht, die Waffe zu wechseln. Es ist hier so laut. Ich höre meine eigene Stimme nicht. Ich traue mich nicht... Ich traue mich nicht, die Waffe zu wechseln. Weil es könnte ja auch das Alien auftauchen. Und dann... Then there is a problem, hä? Ich kann nicht aufstehen. Wieso kann ich gerade nicht aufstehen? Ab durchs Getümmel. Da liegt was. Revolver-Munition. Oh mein Gott, ist da eine Scheibe? Ich habe den noch gerade... Revolver-Munition. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso können wir hier nicht einfach raus? Einfach nach Haus. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Oh Gott, ey. Was? Oh. Oh. Okay, okay, okay. Uns geht's gut. Uns geht gleich die Decke auf dem Kopf, habe ich so das Gefühl. Boah, das sieht halt auch krank aus. Mann, ey. Es ist ein Fallen und Fallen und Aliens und Fallen und Elvis Presley brennt. Müssen wir hier... Oh, Flammenwerferöl. 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 Bitte, bitte. Nein. Oh doch, da war welches. Sorry. Okay. Radio? Ne, ist keine Zeit für gute Laune. Wenn hier schon so viel zum Looten ist, dann ist das hier bestimmt... Kommt da unten der Alien-Chef. Die Bruttenmutter kommt da unten. Gegen die müssen wir uns dann stellen. Echt lustig, dass ich jetzt echt nicht in der ganzen Zeit, in der ich dieses Spiel jetzt spiele, nicht geschafft habe, mir die Alien-Filme anzugucken. Ich bin schon ein fauler Bengel. Noch mehr Flammenwerferöl. Leuchtfackel. Ich schleiche nur noch. Äh, wo genau hin? Okay, wir sind durch. Jetzt. Hier. Nee. Hä? Fuck. Alter, ich brenne! Was zur Hölle? Das ist uns ja noch nie passiert. Man kann brennen. Man lernt nie aus. Man lernt wirklich nie aus. Geht's hier rein? Seit vorne. Und jetzt dann hier rum? Alter, was? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh Wie spricht man denn Punkt, Punkt, Punkt aus? Ah, das ist also Punkt, Punkt, Punkt. Okay, gut zu wissen. Alter, jetzt eragt hier gerade ein Erschrecker den anderen. Vor allem, weil die Musik endlich mal aus ist, die einen immer so angespannt gemacht hat. Und man ist verhältnismäßig locker. Und dann kommt diese Scheiße hier in einer Tour. Ja, da komme ich wohl nicht rüber. Komme ich da drüben rein? Ah, okay. Okay. Liegt hier noch irgendwie Flammenwerferöl oder sowas? Hier war doch gerade was. Wir wollen ja Munition. Wo muss ich lang? Ich weiß ja nicht, wo ich lang muss. Ich darf auch nicht nachgucken. Was soll das, ey? Was soll der Abfuck? So. Oh, es hat gespeichert. Oh, oh. The fuck? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Oh. Oh. Bewegt mich einfach mal. Wenn sie kommen, dann kommen sie. Ein Aufzug. Oh, der wird doch auch auf keinen Fall jetzt nach unten. Hä? Da geht's nicht weiter. Wo muss ich denn dann hin? Nach unten, oder was? Ach, nach unten. Alter, dann fällt uns doch jetzt der Aufzug auf die Rübe. Ah, Hilfe. Bin ich jetzt runtergefallen, weil ich... Nee. Alter, die Eier gehen auf. Wo geht's hier hin? Ah, hier. Verlade, Verlade, sind Sie hier? Bitte antworten Sie. Britney, ich dachte, ich hätte Sie verloren. Sebastopol zieht uns mit Unstack. Die Anziehungskraft hat die Bühne verzogen. Und wir kommen nicht von der Station los. Nein. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evakuieren Sie zur Wachungsbühne. Es befinden sich exklusive Beuzen auf der Notentriegelung. Beeindruck, Sie machen wohlfällig schnell. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Oh mein Gott, ist das dramatisch gerade. Ich kann nicht speichern? Warum? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ohohohoho. So, zieh den diesmal bitte ein bisschen schneller an. Meinen Sie, wir begegnen auch noch einem Alien im Alter, da wäre eine Karte gewesen. Die nehmen wir doch noch mit. Und wo muss ich jetzt hin? Entriegeln Sie die Torrens. Hä? Hätte ich mich noch gar nicht umziehen müssen, oder was? Scheiße, ich glaube, ich hätte mich noch gar nicht umziehen müssen, oder? Oder? Ah, doch. Das wäre jetzt ja ein Fail gewesen. Menschenskinder, du weh. Okay, dann gehen wir mal hier. Ist das die Torrens? Okay, komm, wir machen schnell. Das ist dramatisch. Hä? Ach, wir fahren nach oben. Oh, ich check grad gar nichts, Alter. Oh, es wackelt einfach nur. Holy shit. Holy shit. Was geht hier ab? Was ist hier los? Okay, wo müssen wir hin? Mann, es nervt mich, dass man im Raumanzug nicht auf seinen scheiß, äh, Dingsbums gucken kann. Alter, die... Alter, das ist mal ein Bild. Oh, oi, 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 oi. Eins, zwei, drei. Oh, du wunderschöne Lorela... Hör auf mit diesen Explosionen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Haben wir ein genaues Ziel? Hehehe. Ist einfach entlang. Aber wir können jetzt hier mit diesem Ding... ...diese wunderschöne Strecke hier entlang fahren. Müssen wir das erst hier draußen benutzen? Nee. Oder müssen wir... Hier müssen wir es benutzen. So, auf. Turbo. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Es wäre jetzt lustig, wenn diese Plattform einfach so durchfahren würde. Und dann fährt die vorne einfach... ...koppelt sie sich ab... ...und fällt in diesen Planeten rein. Ich habe einen guten Humor. Ich weiß. Ich habe einen sehr, sehr guten Humor. Ich bin hier, Berlin. Es müsste zwei Zündungsrechnisse zur Entsperrung der manuellen Entriegelung geben. Ich kann sie sehen. Bereiten Sie die Ausklingung vor? Wie? Oh. Schlüsselkarte. Schlüsselkarte benutzen. Es hätte so gepasst, wenn eine Schlüsselkarte einfach fehlen würde. Okay. Und jetzt? Danger. Was tun wir da gerade? Hat irgendjemand gerade eine Ahnung, was wir hier tun? Ist das jetzt wichtig, in welcher Reihenfolge wir das machen oder ist das egal? Ich habe wirklich keine Ahnung, was wir hier gerade machen. Wir schieben Metall hin und her. Ich spiele zweihändig. Ich spiele zweihzig. Ich spiele zweihzig. St du gehörst? Ja. Ich spiele zweihzig. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Wir sind wieder auf der Torrens, wo ist denn... ...hätte ich hochgemusst? Das stimmt schon, oder? Mensch, erinnert ihr euch noch? Der erste Raum Da war Samuels damals drin gestanden Und wir haben dieses Ding hier auch reinfahren lassen Das ist jetzt die Rahmenhandlung von diesem Let's Play Ich lass dieses... Lass dieses Bett da wieder in die Wand fahren Samuels, Mensch, der war ein guter Freund Der war ein guter Freund Kann ich mich vielleicht auch irgendwo mal umziehen, oder? Ist das verboten? Anscheinend ist das echt verboten Äh... Ah, ok Nein Wie? Zur Hölle? Wie? Wie? Noch mal ein schönes Quick-Time-Event zum Schluss Bin ich tot? Ich bin tatsächlich tot Ähm... Ich dachte, das Spiel wäre durch Und dann kommt noch mal so ein abgefucktes Quick-Time-Event zu Ende Ja! Ich bin auf meinem Weg zur Brücke Das musste man Unser guter Freund des Alien Weiß einfach, wie man Wie man noch mal einem zum Schluss So richtig schön auf den Sack geht Da habe ich noch mal Spaß mit diesem Bett da Erinnere mich an die gute alte Zeit mit Samuels Und frage mich einfach nur was Warum er sterben musste Warum er weg ist Und dann muss ich jetzt wieder hier so ein Quick-Time-Event machen Bei dem man sich nie zu 100% darauf verlassen kann Dass die Tasten richtig sind Naja Buhu Hallo! Das war, glaube ich, dreimal runter und dann links, halt War ich wieder so langsam? Nein 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 Das ist mal ein spannendes Ende gerade Und es ist ein Cliffhanger Es ist ein Cliffhanger Okay, ich weiß gerade nicht, wohin mit meinen Emotionen Ne, Quatsch Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein interessantes Ende Das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich habe eigentlich gedacht, das Ende ist ein Happy End Aber ich finde es sehr lobenswert, dass sie sich am Ende opfert Um das Alien ins All zu schießen Und das ist ein bisschen Und das ist ein lustiges Das ist Ripley Und sich opfert da Dass das Alien von dem Raumschiff runterkommt Aber das ist jetzt ja voll traurig Ich wollte das Let's Play jetzt voll glücklich abschließen Und das ist jetzt voll traurig Naja Ich lau jetzt hier auch gar nicht mehr lang rum Ich würde sagen, es war ein nettes erstes Let's Play Es war vielleicht nicht die perfekte Wahl fürs erste Let's Play Dadurch, dass es manchmal ein bisschen weitläufig war Und wenn man angespannt ist, kann man nicht so viel reden Und bla 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 Das Spiel war ganz cool Hatte aber auch seine Mängel IKI manchmal Oder wenig Speicherpunkte Obwohl es jetzt gegen Ende echt viele waren Und manchmal einfach diese Alien-Rumspasterei Und ja Das hat es ein bisschen gedrückt Aber overall war es ein ganz cooles Spiel Ja Naja Falls ihr Bock auf mehr Let's Plays habt Momentan ist ja Witcher am Laufen Witcher 3 Macht irrsinnig Bock zu spielen Es wird auch ein bisschen länger Was heißt ein bisschen länger Es wird definitiv länger gehen als Alien Aber das lade ich auch öfter hoch Naja Bevor ich jetzt hier noch mega lang rumlade Würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Und Bis Dem Next Tschüss